Hier für Matthias extra ein Kellnergleich-Dinner, einen Tisch unten an der Pulver und sonst hier gar nichts. Und zwei private Chauffeure haben wir hier. Kellner, nicht Chauffeure, Kellner. Matthias, wie gefällt es dir? Mir gefällt es super gut. Wir sind hier jetzt in der Bar, die eigentlich am Tag für alle Gäste zu ist, offen ist. Und jetzt haben wir hier das super tolle Kellnergleich-Dinner. Und ja, es ist super schön hier. Wir haben jetzt einen Tisch für zwei Personen hier, haben zwei private Kellner hier und es ist ganz, ganz toll. Wir haben jetzt gerade Hummerschwanz-Cremesuppe gegessen und genießen den Abend hier. Und es ist super, super schön hier und man ist hier komplett für sich alleine. Hier ist unser Kellner. Er kommt aus Kuba. Ganz dritter aus Kuba. Wie heißt er? Ja. Grüße von Miami. Grüße von Miami. Wie heißt du Roger? Roger aus Kuba. Du vergisst nicht, alles Roger. Alles Roger, sagt der Roger.